Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend, eine kurze, knappe Livestream-Ankündigung. Morgen, das ist der 11.07., das ist ein Freitag, startet um 16.30 Uhr ein Stream, ein Livestream. Genutzt wird großenteils der IRC-Chat, aber den Hitbox-Chat lese ich, wie gesagt, auch mit, wie ich schon öfters sagte. Gespielt wird Vampire's Dawn, Ni No Kuni, Counter-Strike, irgendwelche Community-Games, irgendwelche Trash-Games, die wir finden, Trackmania, eventuell Gary's Mod, was weiß ich nicht, was wir so finden, halt ein ursprünglich, in Anführungsstrichen, normal angekündigter Stream, wie man ihn von Zeiten her kennt. Morgen, 16.30 Uhr, bis Open End, mal schauen, was wir da alles so finden und wer dabei ist. Wer dabei ist, dann bis morgen. Ich wünsche euch viel Spaß, eine gute Nacht, schlaft gut und bis dann. Ich freue mich drauf.